Die kommenden Generationen sollen genauso schön wohnen wie wir. Deswegen brauchen wir eine vernünftige Dorfentwicklung. Wir haben wunderschöne Dörfer in der Gemeinde Willensdorf. Damit diese auch schön bleiben für die nächsten Generationen, müssen wir frühzeitig planen und frühzeitig Dorf- und Gemeindeentwicklung betreiben. Deswegen müssen wir planen, wo soll Einzelhandel hin, wo soll Wohnen sein, auch die Frage, wo soll Gewerbegebiete entstehen. All das müssen wir mit einer Dorfentwicklung vorantreiben.